Oh, 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 oh! Wer ist das denn? Oh, Zwiebelchen! Hä, warum ist Zwiebelchen denn gestorben? Könnt ihr bitte mal alle weggehen? Ein hohlender Alter gestorben, achso. So, schon haben sie alle vergessen, dass was war. Hihi. Kleine süße Goldfische. Oh, du hast eine Quest? Ja, bitte. Zwiebelchen hat mir alles genommen und ich verlange wieder Gutmachung. Ich will kämpfen. Okay. Ähm. Erste Arena. Ähm. Zephira. Ach, ist eh alt. Perfekt. Und Vex. Let's go. Ich konnte das Herz meines Schwamms für mich gewinnen. Ja, so kann man es auch nennen. Ähm. Ziehen wir los. Zum nächsten Ding. All right. Oh, die Heilung war gut. Den nehme ich beim Boss. Und dann ab, zurück ins Dorf. Ah. Mein Setup ist gerade so kacke, ne? Schade, dass ich keine andere Waffe mehr gefunden habe oder so. Irgendwie so, hm. No. No. Mal gucken, was der kann. Oh, der sieht toll aus. Oh. 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 Oh, awa. Mein es mir. Geht so hoch besiegt. Geht so hoch besiegt. Geht so hoch mit dir los, Vex. Ab ins Gefängnis mit dir. Warum sind die denn alle so müde? Ja, auch müde zu sein. Vielleicht noch eine kleine Spende hinterher. Bitte schön. Geht doch. So. So. Oh, Gott. Opfer 3. Fertig. Können wir da nun nochmal essen? Ja. Später. Ja, du hast eine Quest. Ich sehe es. Ja, bitte. Mein Bruder Opfer 3 ist hier zu uns gestoßen. Und ich kann ihn nicht ausstehen. Unser ganzes Leben lang stand ich in seinem Schatten. Aber es reicht. Lass uns kämpfen. Okay. Eigentlich wollte ich den opfern, aber ich kann ihn auch kämpfen lassen. Das hier. Die Anker Tiefen. Kennen wir noch nicht. Thronen, Gift, ein Herz, ein halbes, drei Schaden zugefügt. Okay. Jetzt kommt der coole Kalamar, ne? Er hat viele Gefäße wie dich geschickt. Einer nach dem anderen fallen sie alles an. Du bist weitergekommen als die meisten, zugegeben. Also ja, ich werde es ja genießen, zu sehen, wie dein Kult von innen heraus verfault. Oh no, das Wechs. Na, das ist Gippi. Ich fühle mich nicht so gut. Toll, Gippi ist krank. Na toll. Danke. Er wird in wenigen Tagen sterben. Okay. Ja, ja, ja. Ich habe einen kleinen Kannibalenstamm gezüchtet, der am liebsten alte Menschen ist. Also, Baloui. Oh, Wechs hat ein hohes Alter erreicht. Tja, wir müssen gerade von sprechen, ne? Pfff. Ah. Fuck. Hey. Ist okay, wenn ich den Blumenkohl mitnehme? Mensch, schön, dass es hier ist. Keine Beweise hinterlassen. Geht, glaube ich, sogar nicht nochmal. Ne. Ne, sie ist schon verstört. Wir können nichts mehr machen. Ich freue mich jetzt gleich aber auch, Feierabend zu machen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sucht kickt. Ja, ich wollte es jetzt halt fertig bekommen. Sagen wir es mal so. Ich habe schon wieder gar keine Abwärts bekommen. Irgendwie, oder? Die sind ja noch größer. Nichts. Nein, es ist ja. Jürgen. Oh, geüff. Meine Güter. War jetzt wahrscheinlich noch Endboss, ne? Kann deinen Hunger nach Tod verwundern, Gefäß, aber die Krone gehört mir und niemand, niemand ist ihrerwürdig, niemand außer mir. Du wirst dein Leben lassen und mir zurückgeben, was meins ist, damit sich nach einem Jahrtausend endlich alle wieder in meiner Herrlichkeit sonnen können. Aber das hier ist nicht möglich, das letzte Tor erwartet dich, beeil dich ist an der Zeit. Auch wenn es jetzt aber noch ein Dungeon ist. Proteinquelle. Den essen wir einfach irgendwann. Oh, shit! Voll vergessen, da ist ja jemand im Ge... Oh, Sali! Hey, willkommen zurück, Sali! Oh, du hast ne Quest für mich! Shalom, Raka! Möchten, dass du uns auf eine spirituelle Reise mitnimmst? Jetzt möchte sie ne Gehirnwäsche haben. Ja, gerne! Alles gut, Sali, klar! Klopp! Da sind wir. Da! Olli, du brauchst eigentlich auch noch ein... Ein, äh... Ihr, ne? Ein... Naja. Ich ess dich. Ich verfüttere dich an alle anderen. Wir haben ja schon wieder ein paar alte Leute. Könnte man eigentlich schon mal wieder was machen. Es gibt keine Betten... Ich hab keinen Bock, ein neues Bett zu bauen. Hm-hm! Äh-äh-äh-äh-äh-äh-äh! Ich hörte, es gibt jetzt kein neues Bett. Okay. Hm. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! Entschuldigung. Woh-oh? Achievement, cool. was hier jetzt ist also was da ist wissen wir ja schon aber ob das jetzt noch ein ganzer dank ist man muss ich habe keine ahnung ich hatte gerade kurz angst dass jetzt alle sterben ich hab ja wirklich kurz angst gehabt dass jetzt alle sind einfach nekro haben wir kriegstreiber und göttlicher hammer hallo ist tatsächlich nur der boss und die zwei katzenbabys gefäß ich entbinde dich von deinem dienst für die rote krone bring sie zurück zu mir und nimm das ende an das dich erwartet und diesen letzten opfer meines treuesten anhängers werde ich befreit ich werde frei sein vom nährgefäß und lege dein leben zu meinen fußen als ob das jemand macht diese krone gehört nach göttlichem recht mir denkst du wirklich du könntest dich dem tod widersetzen meister gestatte es mir ich werde diesem wicht eine kostprobe deines zorns geben ich werde mich um diese bestie kümmern meister ich werde die krone von seinem kopf schlagen warum haben diese gar kein leben ein bisschen merkwürdig der boss selber wird halt eher das wird bestimmt normal aber es hält der sieht ja mega cool aus oh mein gott den muss ich zeichnen ich dachte dass du ich werde siegt dachtest du das wäre alles was ein wesen wie mich ausmacht warst du etwa der ansicht über einen gott zu stehen du bist verdorben dein verderbnis hat sich ohne zweifel ausgebreitet okay das sieht auch sick aus oh oh Muss ich überhaupt auf die Augen gehen? Was ist mit dir? Okay. Oh, jetzt bin ich tot. Doch. Oh, doch. Ups. Da hängen wir an den Kreuzen, ja. Soll ich jemanden opfern? Kann ich das? Nee, ne? Weiß gar nicht. Hast du ein Märtyrer geworden? Ups. Ups. Oh, ein Auge ist ganz weg, oder was? Seams. Was war das denn? Upsi. Scheiße. Ja, ein Herz. Sehr gut. Ach, man sammelt das Eifer von denen. Ah. That's cute. Deswegen hat man hier so viel. Lol. Hey, Matt. Ach, du Scheiße. Yo. Okay. Cool. Okay. Ich hab ein Problem. Ich glaub, ich brauch noch einen dritten Try. Oh, ich hab verkackt. Oh, no. Oh. Okay. Ich glaub nicht. Ich dachte jetzt, dass er noch richtig durchdreht. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, nein. Du hast mich verdrängt, falsches Idol. Erbärmliches Gefäß. Verdammtes Lamm. Oh, Gott. Wie süß. Oh. Es ist ein kleines Teufelchen. Ich hab ein Lamm. Geil. Nun, was soll es werden? Eine rachsüchtige Gottheit oder ein barmherziger Feigling? Die Wahl liegt ausnahmsweise in deiner Hand. Du kannst deinen abscheulichen Taten nicht länger auf mich schieben. Ich möchte eine rachsüchtige Gottheit sein und kein erbärmlicher Feigling? Aber der ist so süß. Ich will den haben. Du bist schwach. Ein erbärmliches Ding. Nah von einem. Warte. Warte. Ja, ja, ja. Hab's ermordet. Ich find den so süß. Ich will den haben. Arctus, danke für 57 Monate. Danke. Als Gefäß wiedergeborenes Opfer steige ein weiteres Mal im Porn in wahre Gestalt an. Nicht länger ein Diener, kein geringerer als ein Gott. Oh. Ich will nicht, dass es vorbei ist. Was ein tolles Spiel. Der Artstyle ist für mich wirklich... Also ich glaube, es gibt kein Spiel, wo ich mich mehr dem Artstyle verbunden fühle als dieses Spiel. Happy Game war schon sehr. Aber das hier ist nochmal... Das ist diese perfekte Mischung aus niedlich und evil und diese ganzen... Dieses... Boah. Es ist... Ja, bitte. Komm, komm. Ja, schön. Proteinquelle. Den wollten wir essen, glaube ich, oder? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020